Ich hab ihn da. Da läuft jetzt blau. Quatsch. Aber es ist nur die Heel-Portion. Nur was ich kann sagen, ist, dass sie nicht sneaker sind. Sie könnten sind Loafers. Aber die Fußgäste sind... ...strange. Oh? Was ist das strange? Schau, die Fußgäste sind auf der Wand. Das sieht aus, dass jemand sie gemacht hat, war auf der Wand. Was? Ja, ja, muss ein Zufall sein. Der hat an die Wand gepinkelt. Der ist halt Atheist. Passt schon. Was? Ja, ja, muss ein Zufall sein. Nee. Nee, nee. Nee, ist Wildpinkler. Ist ein Mann. Alles gut. Es gab keine offenen Toiletten. Es gibt nichts, was ich mit dem nur das sagen kann. Am Ende. Ich hoffe, ich kann zeigen, dass die Fußgäste nicht seine Vater sein. Hey, welchen Schäste hat dein Vater meistens? Hä? Seine Schäste? In der Stadt Gummistiepe. In der Stadt Gummistiepe. In der Stadt Gummistiepe. Ich bin Tatsache. Nee. Ich weiß, ich weiß, wie du es schwebt. Mich verankert. Ich weiß. Wenn man immer mehr Zeit weil das ist. Nein. Ich habe ihn. Aber nicht was. Ich weiß nicht. Ich habe einen Weg gefunden. Vielen Dank. He was out since last night. So he stayed the night here? That's his job. His job is to repair clocks? He doesn't just repair them. He also sells them. Watches and wall clocks too. Wandohren. Oh, so he's a watchmaker. Standohren auch? Wait, the peacekeeper reports said his occupation was unknown. Maybe it's more convenient for them, if they intend to declare him as the culprit of the mailman murderers. Oh, he's framed as the culprit. They made up their minds and dropped the investigation. Weil sowas verstehe ich's immer nicht. Da müssen sie ja aber den Warntäter kennen und der muss ja dann aufhören, weil wenn der nicht aufhört, dann stehen die ja einfach nur dumm da. Dadurch haben sie ja dann gar nichts. Hallo, Blue Screen. Deswegen hätte ich, also sowas habe ich noch nie verstanden, dass man jemanden Falschramm, äh, man, okay, ich muss mit diesem ganzen Denglish aufhören. Mit dem Falsch, also, also Verdächtigen, mit den Falschverdächtigungen. Das habe ich noch nie verstanden, weil, also, der, der echte Mörder hört ja nicht auf. Und was sagen sie dann? Tick, tack, tick, tack, tick. Oh, the hives. Tick, 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 tick. Boom. Das war ein gutes Lied. Does your dad also manage this clock tower? No, he only checks on that clock once a year. But yesterday, he got an urgent request to fix it. Vielleicht haben sie auch ein Abkommen. Vielleicht haben sie auch ein Abkommen mit dem Nailman. Nachahmer. Aber ich weiß immer nicht, also, ich bin mir nicht sicher, ob das die Medien dann wirklich glauben würden, ob es ein Nachahmer ist. Äh, dass es ein Nachahmer ist. The clock wasn't keeping time, so he was called to repair it. My dad is usually happy to repair any clock, but he always grumbles about how much he hates the clock tower. He hates it? Why? Because he's afraid of heights. He's scared of even climbing up the clock tower. But he bites the bullet and does his work without looking outside. Wie sie schön von, nochmal zeigen. Also, das Fenster ist übrigens hoch. Also, er hat Höhenangst und das Fenster ist übrigens hoch. Also, es war ja bei Danganronpa schon so. Man fühlt sich manchmal ein bisschen, also, für sehr, sehr, sehr doof gehalten. Ob es zwei Höhen sind. He's afraid of climbing up the clock tower and refrains from looking outside, so it sounds serious. Master, you're improving so much thanks to my training. Ja. Is das echt so? Hm? Würdest du tun, als würdest du lachen, ey? I'm serious here. Laut dem Sohn des Ohmachers hat sein Vater Höhenangst. Eins, komm auf, wie man... Hose... Hm? I hear noise outside. Peng, dude, niederbedingten. They're here talking. Maybe those guys woke up. Let's take a look. If all the peacekeepers wake up, they'll be sure to pay you back for this. Nö, da liegt noch einer. Ich seh, ich seh das, der liegt da noch. Guck da, der liegt noch. Da, die liegen alle noch. Oh Gott, wer kommt jetzt? Jetzt kommen die Antigonisten da. Keine Ahnung. Fuchs? Also, Kitsune? Boah, ist der laut. Der ist echt laut. Ich hoffe, er redet nicht so viel. Er braucht kein Megafon. Er braucht kein Megafon. Leiser. Au! Vielleicht soll ich's noch machen? Seth, bitte hör auf zu reden. Und, Seth hat Schmerzen. Und, did you clean up the body at the crime scene? If not, then hurry along with that. The rain in this city makes bodies rot quickly. You better hurry or it will putrefy. Was ist das mit dem Megafon für die Scheiße? Hä? Er hat da hoch und untergebracht. Mit dem Megafon. Mit dem Megafon. So. We need to quickly deal with that nail man we arrested. We should even consider a public execution. Schon verstanden. Das stimmt, Tony. Also, falls ihr merkt, wie leise jetzt das alles ist. This Seth guy doesn't care about the truth. He just wants to wrap up this case as soon as possible. In this city, what they say becomes the truth. Please! Please save my dad! Dad? The only way to save your dad is to catch the real culprit. I can do it. Leave it to me. Leave it to me. Is that I by my dad? I know a secret way out. Leave it to me. You can pass through here. To get back to a street in Ginema district. You might stand out if you're with me. So I'll go a different direction. Are you sure you'll be okay alone? Yes. I play around here often. Um. Please help my dad. Yeah. Just you wait. I'll bring some good news soon. Gut, tschüss. Achso, ich, äh, warte. Äh, ich, äh, hab mich verlaufen. Toll. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist unsere Hose nass, aber ich glaube, die war davor schon nass. Ha, 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 ha. Who knew some brat would save you? Ha, 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 ha. Sag mal, Shinigamen. Wow, ob die auch Hundegeräusche und sowas machen? Sind das weibliche und männliche Klosse oder warum pink und blau? I'm? Ich denke, ich sollte versuchen, umweltbewusster zu sein. I'm sure. Vielleicht solltest du versuchen, egobewusster zu sein. Du willst, dass ich libidobewusster bin? Huh? Das habe ich nicht gesagt. Was? Wo kam das jetzt her? Hä? Warum ich? Ich habe vorgelesen. Ich bin nicht der Writer. Ich bin unschuldig. Ich bin nur Vorleser. Ich koste einen Euro da noch nicht. Das könnte ein Ruder-Anhaltspunkt sein. Ich hätte das mit Piep machen können. Nee, weil ich habe das hier gerade offen. Du bist sicher, dass du so schnellst, um zu machen, zu machen? Ich bin nicht sehr überzeugt, aber ich kann nicht ignorieren, jemanden zu bitten, um Hilfe zu helfen. Wenn niemand anderes will, dann ist es für mich. Wow! Ich habe das große Schmerzen. Ich habe das nicht erwartet, Master. Aber wie planst du den realen Klosse? Du kannst nicht die Klossehebauten mit den Peacekeepersen auf den Weg. Bei der Weg, du kannst du noch nicht mehr benutzen, um den Mystery Labyrinth zu nutzen. Nicht genug clues. Wenn du in den Labyrinth in den Labyrinth bist, dann wird du immer wieder verloren. Du musst noch mehr Lösungen finden. Ich will nicht immer wieder zurück, da. Also. Dann, wie du das aufhören? Es gibt eine Art. Danke für den Follow-Sniper-Sortet, danke für ihn. Ja, natürlich nicht. Ach, die macht das umsonst. So. Wer bist du? Das ist ein toller Laden. Komisches Verbeugnis. Setzen wir das bitte in der Page klar. Warte, das ist mehr als... Was? Woher kommen die 500.800? Wofür das ist für ein teurer Kaffee? Oh, come on. So rudeless. A greedy little money demon. I think I'll call this one hell, Aura. I want to force your hand. Whatever you decide, is up to you. Her laugh, wenn du es gut bist. Den bezahlst du aber selber. Do I have to pay for that too? Of course. I'll add it to the bill. Bist du doof, ne? All right, I'll pay you all 5.5 million and 800 shin. Aber der Kuchen, der geht auf dich. Please don't have the cake. It's a deal. You made a wise choice. I have no obligation to help others. But I work sincerely according to the payment I receive. Katzenkaff... Oh, gut, ja, der ist treuer, das stimmt. That is my pride as a detective. I will be your eyes and limbs and help solve this crime with everything I have. However, know this. You must be the one to complete the boys' assignment. Uh, me? You are the one who was asked to solve this case. All I will do is provide support. Und warum... Stopp mal! Du hast gesagt, wenn er dich... Also, wenn er dich beauftragt, dann kostet das 5 Millionen. Warum muss ich die volle Summe zahlen, wenn du mich nur unterstützt? Hälfte. Höchstens. Ja. Und dann machst du aber auch 50 Prozent, ne? Soll ich euch zeigen, was passiert ist? Da stand eine leere Cola... Also Pepsi Max Flasche. Und ich habe das gemacht. Ich habe also Domino Day gespielt. Upsi. Domino Day wäre ein sehr guter Tisch. Ja. Oh, be quiet. So, what do we do now? To confirm, our target is the true culprit of the Nailman killings, correct? The Peacekeepers have decided that the boy's father is the Nailman and arrested him. But I refuse to accept that outcome. After we finish the investigation, we may find out the boy's father is actually the Nailman. Nein. Egal, was für Verweise es gibt, ich werde dir weiter glauben. Nimm das, Twitter! Also, sie hat, also, sie hat gerade gefühlt jeden auf Twitter gedisst. Ja, ja, genau so, wie das ist. Ja. Ja! Ey, die mag ich. Die finde ich gut. Ich hasse sie, aber ich finde sie gut. Also, ich will glauben, was du sagst, Hilara. Ich vertraue meine Instinkte an das. Ich weiß nicht, was, also, was, also, die Person finde ich gut. Die wäre auf Twitter-Inseln gebannt. Ja, die sagt so viel Wahrheit ist blöd, ne? Das mögen wir auf Twitter nicht so gern. Das ist so vernünftig. Twitter mag keine Vernunft. Out of the question. A detective must never overlook a mystery. Any and all truths must be exposed. A detective must always prioritize solving a case. Also, persönlich mag ich dich nicht sonderlich, was ich gerade mitbekommen hab, mit dem Geld und allem, mit dem kleinen Jungen. Aber, also, du hast halt schon recht. Ja. Ich mag dich nicht, aber ich respektiere dich. So. Ja. Vivia! Vivia oder so. Ja, Vivia. Oh, right. You missed your chance to ask. But then again, I also don't really care. You finished investigating the Clock Tower, didn't you? Now we will investigate the past Nailman cases. The past ones? These are serial killings, aren't they? Oh, so you want to investigate the past murders as well. And through investigating each one, we can conclude if the boy's father is really the culprit or not. Oh, but we don't know where the other crimes took place. Should we ask around town? I already know. There are at least three additional crime scenes. A secret club in Kamasaki district. A mansion in a high-end residential district. And an art gallery in Gima district. Kamasaki district, war da nicht Mama? Oder Moma? Huh? How did you find that out? You think I did nothing while waiting at the cafe? I prepared by gathering intel in order to move the investigation along. That's amazing! With my logic, anything is possible. But before we had to past crime scenes, the Nailman urban legend requires more research. Let's visit the legends main stage. The main stage? Oh, you mean the church? Take me to church. ...either? Hä? Halaha läuft mir hinterher. Was? Warum? Kannst du bitte vorne gehen? Ich habe Angst, dass du mich abstechen willst. Mitläuferperson bitte, wir wissen noch nicht. Waren wir hier auf der Treppe schon? Äh, Brücke? Waren wir hier schon? Ich bin so müde und ich stinke. Also jetzt stinke ich wirklich. Ich will duschen. Aber wenn ich dusche, bringt's doch eh nix. Danach schwitze ich eh wieder. Wenn man zu spät ist, ist man zu spät, dann muss man sich auch nicht mehr beeilen. Alles gut. Das habe ich von der Schulzeit damals gelernt. Ob du jetzt fünf Minuten zu spät bist oder 20, ist dann auch schon egal. Du darfst nicht aus der Dusche rauskommen. Ja, das klingt sinnvoll. Warte mal, wie war das? Äh... 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 Wo muss ich... Achso, ich gehe ins Büro. Ich dachte, ich muss die anderen mitnehmen. Ja, warte, dann kann ich ja auch so einfach gehen. Warum... Warum... Warum darf ich nicht Bus fahren? Was soll das? Nicht weiter sagen, bitte. Aber so geheim kann er nicht sein, wenn Lorca ihn auch kennt. Ne... Einfach gar nicht duschen bei der Hitze. Ja, Kona, aber ich stinke. Busstreik. Ach... Ah, wir sind in Deutschland. Ah... Ach so. Hä? Warte, wie kommt... Ich glaube, ich musste unter... Untergrund? Ja, ne? Ich glaube, ich kam vom Untergrund in dem Ding an. Das heißt, ich muss... Nicht raus und dann Untergrund, sondern ich muss... Äh... Untergrund und dann raus. Der Katzenpopo-Kaffee... Also, ja, stimmt. Da war ja was. Okay, wir gehen erstmal kurz hier runter. Und dann hoffen wir, dass wir da irgendwo ankommen, ja? Ich versuch's... Mann, dann hilf mir doch, Mann. Da oben ist aber ein pinkes Zeichen. Wartet mal. Also... Mann! X und Y ist vertauscht. Lebe damit. Looper für unterstützt. Warte. Ja... Vielleicht einfach Deo nutzen. Mehr Deo. Ja, ich... Ich bin richtig. Ich bin richtig. Ging's hier lang? Bin ich richtig? Ja? Jetzt lad mal schneller. Was ist dieses Deo? Kein Waschen, nur viel Parfum. Ja. Ja, wie cool sie auch so... Also so ein Bild hat, so. Hey, du musst dich verstecken. Huh? Oh, right. Chief? And that peacekeeper from the clock tower. Ja, der Blumen. Seth Burrows. A high-ranking peacekeeper. He's quite infamous for being sly and persistent. Well, we sure got some heavy rain again, huh? Heavy rain, wo die Spiel. Humidity makes my hair fuzzier than normal. I don't care. Huh? What did you say? I don't care. Matt, du bist so lauter auf! More importantly, you sent your Detectives to interfere with the Nailman case, didn't you? We have witnesses. Huh? Nailman? Er war eigentlich der Laute. Der Blauhaarige war laut. Jetzt ist er leise. Ich weiß nicht. Ah. Diese Blumen. Es ist schön, nicht wahr? Ja, schon. Huh? Ich hasse es, Seth. Ich hasse ihn einfach. Der ist einfach laut. Ich hab ihn auch mal leiser gemacht. Ich fühle mich so schade, dass... Das Schlimme ist, er ist ja nicht mal so gut zu verstehen. Es ist einfach der Effekt, der einfach nur in den Ohren wehtut. Oh Gott. Doch. Okay, er ist doch nicht laut. Der Nailman-Affair wird von den Peacekeepers behandelt werden. Du und dein Team werden sofort zurückkommen. Bring in die Detectives, die du senden hast. Die Peacekeepers werden von ihnen verabschiedet werden. Hör auf! Ich weiß nicht, was Detectives du sprachst. Und ich weiß nicht, wo sie sind. Ich warte, bis diese Blumen mit uns wird. Du hast drei Stunden. Ich warte nicht einen Sekunden länger. Wenn du nicht zufrieden möchtest, dann wirst du das gleiche Feind wie diese Blumen. Okay, ich verstehe. Aber... Kannst du mir noch mehr Zeit geben? Und meine Eltern haben gesagt, ich hatte die zwei bis vier Lungenspritzen bei Geburt bekommen hat, dass das vielleicht nicht angebracht war. Und? Und was sagt ihr? Ist leise, oder? Ich weiß. Wir waren von da drüben. Ich mach mal wieder lauter, ne? Ähm... Lungenspritzen, als ich auf die Welt gebracht wurde. Weil ich irgendwie nicht geschrien hab, gescheit, oder so. Da haben meine Eltern schon gesagt, so... Ja, nee, hätte sich mal sparen sollen, weil ich so laut bin, angeblich. Also, weil ich so eine dröhnende, laute Stimme hab. Also, ich mit meinem sanften, lieblichen Stimmchen das einfach... Es ist wie ein Lufthau. Ja? Meine Stimme ist die Feder unter den Elefanten. Okay? Ich weiß nicht, was Seth Eltern sagen würden. Hä? Du warst auf jeden Fall? Du könntest mir zumindest helfen. Er ist ja auch laut, hab ich vergessen. Halt an. Are you two the detectives they were talking about? Nuh? I'm sorry. It's a long story, but it was probably us. Oh, you've gotta be kidding me! Why? What's going on? It's exactly as the Peacekeeper said. We are currently pursuing the Nailman case. We'd like to search around the church. I was about to ask you to take us there, but you seem rather busy. Yeah, I'm real busy now. Thanks to you two! You're gonna keep investigating? You're not gonna help your chief out of a jam? Nö. Hilf die selber. We've got three hours before I'm taken away. If that happens, the last detective agency in town is done for. Müssen wir wohl in drei Stunden verlösen? Would you rather hand this over to the peacekeepers? What do you think you're talking to? I'm the chief. I'd rather turn myself in than ever sell anyone out. Viel Erfolg, Clermy. Schwimm nicht weg in deinem eigenen Schweiß und schlaf später gut. Nachvollziehbar. Oh, so. Never mind. Forget what I just said. Man, he does not know when to stop. What should we do, Hilara? There's only one person who will be taken into custody. It's not the chief. Not us. It's the Nailman. You will find the real culprit and turn the murderer over to the peacekeepers as originally planned. With enough evidence, they will have no room to reject the truth. But we only have three hours. Three hours is more than enough. I will give my utmost effort as your assistant. With my logic, anything is possible. I don't really get it, but it seems best to leave it to you two. You said you wanted to go to the church? Let me mark it on the map. It's for the best that I don't tag along. If we're seen together, things will get even more sticky. Oh, that's sick. I'll be right here, waiting for good news. I'm counting on you. Got it. We're off. Three hours. You've got three hours, to solve the case. Ja, beruhig dich doch. Seriously. I'm counting on you. There's still so much I need to do. Zeig mal. Oh, ich bin so fertig, Alter. Wie lange dauert der Sommer noch? Ist der weit vorbei? Sind wir bald da, Chad? Ist schon halb Zeit. Warum ist deine Haut so weich, verrate ich dir nicht. Ach, du bist Geheimniskrämer. Oh mein Gott. Nee. Nee. Ja, hier geht's hoch. Take me to the church. Wir gehen nochmal die Melodie hier. Ja, meine Güte. Wir heiraten ja gleich, Shinigami. Meine Güte. Beruhig dich. Ja, Chad, trink mal alle was. Und am besten nichts Alkoholhaltiges, weil das nicht gut bei der Hitze. Am besten was Alkoholfreies, ja? Passa orasor. Für Tony. Du bist ein Geist. Hm. Ich wollte gerade fragen, hat der nur 20 Prozent? Das ist gut, das gibt Proteine. Schau mal an die Tragedien, die die Stadt hat gesehen. Es ist kein Gott, um dich zu retten. Das loste Lamm sollte an die Detektiven für Hilfe suchen, nicht wahr? Ich weiß nicht, was das ist. Das ist auf der individuellen Seite. Ich weiß nicht, wir sprechen mit den Menschen in der Kirche. Werden wir uns sogar hören? Sie können nicht sagen, wenn wir sagen, wir sind für die Peacekeepers. Ist es okay, so zu lieben? Es ist okay oder nicht, unsere Priorität ist zu lösen. Das ist der Fall. In order to achieve that, Deception is at times required. Warte mal, wisst ihr noch die Fäden, die da angeblich an die Nägel von den Puppen gefesselt wurden? Äh, gewickelt wurden? Das passt sehr gut zu ihren komischen, wie nennt man die Dinger da an Kapuzen? Diese Dödels? Also, sie saß. Ich glaube, sie hat gewendet. Ich glaube, das habe ich gesehen, wie sie gewendet hat. Dödels korrekt. Gut. Wer war sie? Oh. Ähm. Was ist es, was du über sprichst? Ich habe bereits mit den Peacekeepers ein paar Mal gesprochen. Wie viele Mal muss ich das sagen? Ich werde gläubig. Ich werde gläubig. Also, ich glaube jetzt auch an die da oben. Äh, äh, hasn't the culprit already been arrested? Well, I don't mind. I have time to talk. Die sind nicht wie die Kirchenleute, die ich so kenne. Die hat Aua an der Hand. Wenn sie anfangen. Ich werde die Karte aufnehmen. Ich werde das wirklich tun. Ich muss das tun. Ich denke, Hallara ist auch sehr intensiv. Ich bin die Assistant. Ich bin die Frage an. In meiner Meinung nach, es würde viel schneller wenn Hallara das gemacht hat. Aber ich muss das tun. Ich muss das tun. Es ist kein Problem in wasmerksam zu denken. Ja, 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 ja. Zeit für eine Investigation. Hallo. Um, you are... What are you, blind? I'm a nun, obviously. You got some nerve calling me here out of nowhere. Do you know how busy I am with choir practice?